Unser Herz schlägt für Niedersachsen. Antenne Niedersachsen, euer Morgen. Euer Morgen bei Antenne Niedersachsen mit Danika Grosser, Verkehrskai und Stefan Pflück. Antenne Niedersachsen, euer Morgen. Antenne Niedersachsen, Antenne Niedersachsen. Antenne Niedersachsen. Und jetzt das Wetter für Niedersachsen. Mit dem Update fürs ganze Land. Auf den Punkt informiert. Aus Niedersachsen und der Welt. Antenne Niedersachsen Nachrichten. Und jetzt mehr aus eurer Region von unseren Niedersachsen-Reportern. Antenne Niedersachsen in der Region Hannover. Der Antenne Niedersachsen Stau- und Blitzer-Service. Übersichtlich und mit allen Meldungen für unterwegs. Guten Morgen Verkehrskai. Morgen Flücki. Noch alles ruhig, aber die ersten Blitzer stehen schon. Ja, das sind natürlich die Blitzer-Anhänger, die die Nie-Pause machen. Da haben wir welche im Kreis Hildesheim. Blitzer-Anhänger auf der B243. Und in der Landeshauptstadt Hannover. Blitzer im Stadtteil Klefeld. Auf der Karl-Wichert-Allee zwischen Annabat und S-Bahnhof. Antenne Niedersachsen. Unser Herz schlägt für Niedersachsen. Und für Niedersachsens besten Musik-Mix. Wir mixen alle aktuellen Hits mit den Klassikern, die wir alle lieben. Von den Achtzigern bis heute. Hit für Hit für Hit. Antenne Niedersachsen. Antenne Niedersachsen. Antenne Niedersachsen. Antenne Niedersachsen. Unser Herz schlägt für Niedersachsen. Antenne Niedersachsen. Antenne Niedersachsen. Antenne Niedersachsen.